Hinter mir das ehemalige Tiroler Lehrhaus vom KTV Frosch-Weltenheim. Die hat es vermietet, jetzt ist es das neue Hostel Marmota und heute sind wir da, um den Betreibern zur Eröffnung zu gratulieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unter Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020